Was geht ab, liebe Leute, einen außerirdischen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal eine neue Folge Fortnite. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben 2020 Fortnite gespielt. Ist egal, wie es dazu gekommen ist, okay? Fakt ist, ich habe nun über 12 Stunden Videomaterial, was ich jetzt auf zwei Parts aufgeteilen musste, um halt euch die besten Momente davon zeigen zu können. Es ist voll viel Quatsch-Bullshit passiert, das heißt, gönnt euch einfach den heutigen Teil und den anderen Teil habe ich dann euch irgendwo verlinkt, wenn er denn online ist. Insofern, schießt einfach einen Like-Button ins Ei, wenn euch so ein Quatsch gefällt. Wir haben mega Spaß gehabt und es hat einfach ultra gebockt, diesen Bullshit zu produzieren, ja? Es war einfach... Egal, kein Kommentar dazu. Guckt euch selber an, macht euch eure eigene Meinung, schreibt auch gerne einen Kommentar unten und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das Auto hat einen kleinen... Dachschaden. Der ist da. Hit. Jawah! Easy. Aber der Herr, der war doch Noob, oder? Also, sorry, aber der hatte echt nichts drauf. Der hat auch kaum gutes Zerquip. Oh mein Gott, warte, warte, fack, wie ging's? Ah, scheiße. GG, mate! Yes, GG! Nice try! Yes! Ey, zurück zur Lobby, ohne Witz. Geil. Das war doch ne gellige Abschlussrunde für heute, oder? Ja, Mann, Alter! Junge, ich hab OBS gerade so angekriegt. Völlig, letzte Sekunde! Oh, der trifft gut, der trifft gut, der trifft gut! Hab ich! Nice! Zone, in Zone, in Zone! Andere Gegner! Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, weiterlaufen, 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 weiterlaufen! Irgendjemand hat ihn geklatscht? War das einer von euch? Ja. Irgendwo nochmal Gegner? Uhuhuhu! In der Zone, der verreckt eventuell in der Zone. Ja, ja, die verreckt. Links ein Gegner? Hab ich's? Alter, was wir weglaufen? Weiterlaufen, weiterlaufen! Los, 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 los! Was ist? Go, 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 go! Er hat ihn einfach. Adrian hat ihn einfach. Ich hab ihn genockt gehabt, ja. Das war mein Kill. Ich hab mittlerweile acht. Nee, hinter mir war noch einer, der gelaufen ist. Ach so, lol. Lol. Was geht ab, Alter? Ey, 18 Kills, Junge! Bei mir steht noch 17, aber lol. Ey, das sind noch Sachen. Ja, ja. Ich glaub, ich geh mir die Sniper. Lass sie reingehen, kommt. Lass reingehen. Ich nehm das schwere Sturmgewehr in blau. Ich hab mehr Muni für das Sturmgewehr, wär geil. Uhuhuhu! Leute, Leute, was denn jetzt los, Alter? Haben wir 16 Teams schon aus dem Weg geräumt, oder? Nein, 17 Gegner. Hey, hier wurde nicht gelootet, lol! Achtung! Boah! Leute, komm. Ich geh in den Sand runter. Er hat mal 25 Sekunden für seine Karte, und scheiß drauf. Ich geh jetzt da ran. Hast du Munition, Max? Hä? Hast du noch Munition? 97 und 20. Ich hab fast nix mehr. Ich hab die Karte. Ich hab die Karte. Wo ist der Gegner? Lass mal Richtung Zone fahren. Wo ist das Auto, wo ist das Auto? Das neue Startauto. Voll dir mit der Schrotze. Okay. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Gönn wir dir, ich und den Rest. Ich muss zum Auto. Wo ist der denn, der Rest? Hier bei mir. Okay, 50 Prozent. 90 Prozent. 90 Prozent. Äh, fuck. Hochgeladen. Zone kommt. Ja. Müssen. Dude, run! Greiße. Leute, 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 Leute. Was ist mit euch, du beiden? Ja, Junge. Ja, geht's doch uns rein. Wir sind jetzt allein in der Zone und verricken. Ja, verricken geht's nicht, aber. Push. Hab ihn. Vorhin, Alter. Nichts gegen noch. Drei gegen drei. Oh mein Gott. Wahrscheinlich. Das ist so lost. Die waren, da sind sie. Achter, die haben einen Stein geschluckt. Alter, das leckt doch, oder? Nein, er hat einen Stein. Er kann sich porten. Für eine gewisse Zeit. Hä, wo ist er hin? Dein Wasser. Oh, scheiße. Hin uns, hin uns. Ich hab' ich. Ich treffe den Typen nicht. Ich treffe ihn nicht. Ich hab' ihn. Boah, ich hab' Ich hab' einen Sniper-Shots abbekommen. Hab' ihn, 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 hab' ihn. Wo ist er? Da ist noch einer, oder? Ja, das ist der im Wasser. Ich bau mich kurz ein, ich brauch' Heilung. Hab' mich gehintet. Ach's. Ich klicke noch. Äh, sorry, ich klicke gar nicht. Warte, warte, ich komm, ich komm, komm. Hast du den? Der war knapp. Nein, der war aber Arsch. Dann protecte du ihn. Wo, ho, ho. Scheiße, Leute. Vorsicht. Wo ist er? Oh, der war close. Der war richtig close. Ich bin mega low. Ich brauch' kurz'n Medi-Pack. Wo ist denn der? Du? Sorry, Adrian. Ja, egal. Er ist safe. Wann? Er findet. Kann der Maid wieder beleben? Ich glaub', oder? Tut er, glaub' ich, gerade. Oh mein Gott. Ja! Schnaipershot, Alter. Ich hab' ihn. Jawoll! Glückwunsch, Leute. Zweiter Win heute. Oh mein Gott. Warte, war das die zweite Runde, oder? Ich hab' alles abgeschossen, dass alles abgebaut wird, und er hat schon einfach gekillt. Easy. Ich hab' ihn mit der Sniper gekillt. Ich hab' ihn kurz angescopped, und hab' ihn mit der Sniper gekillt. Hattest du auch'n Sniper? Junge, ich hatte'n Sniper, die kann einfach Spieler durch Wände tracken. Ach, das war' die. Ach so, okay. Das ist, Alter, das ist so'n Sniper, wie du dann auch sagst, die kann schon die Spieler sehen, ne? Ja, irgendwie kann man sie anzeigen, ich hab's noch nicht ganz verstanden, aber irgendwie waren sie immer im Visier, wenn ich irgendwohin hingeguckt hab' Die Klo geht gerade. Er fährt mit dem Ausland einem Schild durch, das geht kaputt. Das Dach verkratzt nicht, nein, das Schild geht kaputt. beginnt unter. Ein Mackenziele an ... Let's get it started. Ach du Scheiße, ey. Ich schwör'r, das liegt gleich. Ja komm, dann sollそうだ jetzt den Rhyment меш und nebenher machen sie den Gegner' kalt. Ich kann das nicht. Warum denn? I'm sitting here in the boring room. Just another rainy Sunday afternoon. A gaming Fortnite with my friends. Ich gebe zu, das ist im original nicht drin. Weiter zur Zone, oder? Jetzt. Hast du noch Minis über? Oh, scheiß Bots. Hey zur Zone, hallo. Ich hab dem Gegner noch 22 hits gegeben. Auf, lauf, 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 lauf. Einfach weg. Hat aus. Den Auto. Taken. Ihr nehmt das Auto, ich nehmt die Granaten. Oh, shit. Oh, komm, steig rein. Fahr, 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 fahr. Das Haus ist ein bisschen außerhalb, okay. Wo? Was denn? Hamburg war doch grad. Ich hab doch einer drin. Woll. Woll. Ich wollt grade sagen, irgendwas passt hier doch nicht. What the fuck Bots, alter. Guck dir denn? Ja, moin, ciao, ciao. Ach, Mann. Ey, welches denn das? Junge, was war... Ich glaub, der war einfach nur da. Lumber, Lambo, safe. Da saß einer drin. Ich guck so rein und denk mir so. Warte, irgendwas stimmt hier nicht, das Auto läuft. Und dann seh ich den Spieler und denk mir so. Scheiße, Spieler, Alter. Ja, das Problem war jetzt, dass er da hinten Bots kam. Ich mein, der Spieler wär vielleicht kein Problem gewesen. Hätte vielleicht funktioniert, aber... Vielleicht Killer, Alter. Eins, zwei, drei. Bestimmt so ein... Bestimmt so ein Elfjähriger oder so, Alter. Junge, guck dir mal seinen Skin an, Alter. Ja, den anderen gekauften Skin. Mama, ich bin geworden in einen neuen Skin. Kann ich den kaufen? Ich brauch noch 1 Euro. Ich hab nur 5. Ich koste 6. Nee, wenn dann eher 60. Ja, sonst... Also mein Skin hat 10 Euro gekostet. Plus den Gleiter, plus die Hacke, plus alles drum und dran. Da war ich, glaub ich, bei 15. Oh, zumal hab ich schon Schaden bekommen, wenn ich vom Dach gefallen bin. Okay. Ja, ich bin Galser vom Dach. Hab einen. Hab der anderen. Junge, okay. Der war ein bisschen schwerer. Kommt einer noch zu dir, Achtung. Er zieht dich nicht, oder? Asch. Let's go, dudes. Ach, der ist da! Wo ist der? Unter dem Stein rechts. Nicht hier bei uns, sondern dahinter hinter dem Stein. Leute, ich wollte gerade sagen, hä, das ist doch ein Gegner. Ja. Hat er an? Ja, der Raya hat einen guten Hits zu kommen von mir. Ist denn der blaue Taktischer, wenn du niemanden möchtest? Auf geht's, push, 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 push. Oh, push dir denn hin? Oh. Komm, den kriegst du, bitte. Nicht den Bot anschießen! Oh, jetzt bist du tot. Geht auf Finish. Der ist solo, oder? Alter, wo ist der? Der ist da oben. Achso, der ist der Schrotze. Hm. Ach, Mann. Das. Das. Was. 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 45er Hit? Noch ein 45er Hit? Hab ihn. Okay. Lust, richtig Lust, einfach nur Lust. Der Typ, der mir die ganze Zeit zuguckt, der zieht ja auch so, alter. 32er Hit? 32er Hit? Oha, irgendwas hat mich überdrehen getroffen. Ja noch einer. Hab ihn. Hab den anderen auch. Ich bin mega mega low.